Oh mein Gott, oh mein Gott, ich brühe schon wieder, oh mein Gott, aber das ist mir noch nie in meinem Leben passiert, was ist hier los, ich, 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 ich kann es nicht fassen, ich kann es nicht fassen, das ist mir noch nie passiert in der Geschichte von FIFA, jetzt, meine Damen und Herren, da kommt es, da kommt es in voller Pracht, jetzt können wir zoomen, oh mein Gott, also jetzt, jetzt kommt es, wir laufen, hier an, wir haben gesehen, dass ich Schusstaste gedrückt habe, das sehen wir jetzt hier glücklicherweise nicht mehr, so, so, da kommt der Ball, ich will schießen, er schluckt meine Schusstaste, stoppt sich den Ball nochmal und denkt sich, dann komme ich, mach mal hier, Arschschießen, Bam, oh mein Gott, im Leben, kein Tor, Kein, das habe ich noch nie gelebt, das, ey, in der Geschichte von FIFA habe ich das noch nie erlebt, kein Tor, Unfassbar! Skills sind halt sehr wichtig, finde ich, leider, ja, es ist halt leider kein gutes FIFA, wo man auch, Was habe ich da gerade gesehen auf meinem Bildschirm? Ich bin voll verwirrt, wenn du gleich ein Tor machst, ne? Ich bin gerade voll lost, ja, alles gut, alles gut, ich habe den Ball, ich habe den Ball, so, da bist du jetzt, ich bin nach vorne, genau, sehr stark, sehr stark. Ich sprich nicht mal, weil ich nicht weiß, wie. Alles gut. Babe, hol dir den. Ja, ja, ja. Jetzt, oh Gott, Schatz, drück Kreis, drück Kreis! Oh mein Gott, Lidia, geil, let's go, ey. Guter Schuss, übrigens. Spielst du nebenbei Basketball oder so? Ne, ne. Verteilst gute Körbe. Ähm, ja und sonst, was macht das Leben? Wir lieben. Wie hast du, ja? Auf, jude Spiel, haust du rein? Ne, 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 Fabian, Fabian, das machst du nicht. Die ist jetzt gegangen. Ey, die kriegt so eine Packung von mir. Macht sie nicht. Ich will, ich will Fabian. Geh aus mal in Discord. Geh aus mal in Discord. Geh aus mal in Discord. Ich will mit dir reden. Hey, Vinny. Hey, Vinny. Na? Weißt du, es ist nicht... Ich gebe Fabian so eine Packung. Ich spiel sie jetzt so weg, das glaubt ihr nicht. Ich spiel sie so weg. Ich spiel um mein Leben. Fabian wird sehen. Ich spiel um mein Leben. 5 zu 2 verloren. F in die Kommentare für Willi. Zu krass. Oh, Panda! Oh nein, was? Ey, vielen, vielen Dank. Vogel! Habt ihr das gesehen? Vogel einfach an der Terrasse vorbeigeflogen. Sturzflug. Chat, so kurz an Bildschirm vorbeigeflogen. Ohne Spaß. Ihr habt ihn, glaub ich, gehört, oder? Oder? Ich werde so verarscht. Ich werde so verarscht. Mit Hilfe. Ich werde so, so, so. Oh mein Gott! Mach! Oh! Dinger! Dinger, ich brauch'n Clip. Werne einfach treffsicherer wie auf das gegnerische Tor. Zu den Sommer und so, glaub ich, sind coole Haare nochmal cooler. Guck mal, wie meine Verteidiger da wegrücken von dem... ...und aus der Drehung! Boah. Ach, so durch die Beine. Ach, 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 und er wieder aus der Drehung. Und wieder zu ihm. Oh, das ist so ein... Da unten ist der kaputte Kantechschule. Ich kann ja nicht proben lassen, was du da... Kann ja nicht gut reden, dass man richtig proben muss. Und jetzt ballert's. Oh mein Gott. Boah. Ich brauche auch noch einen. Ich brauche noch einen für den anderen. Das hat's so gut. Kann ich mir vorstellen. Klipp das bitte einer. Klipp das bitte einer. Dieses Gegentor. Was ist das für ne Frechheit. Gut, dass ich nicht mehr so oft gegen Marco Reus spiele. Der hat mich auch immer, immer rasiert. Na. Stark, Lorente, Junge. King. Das war es. Ja. Bitte, bitte, bitte. Ach, Mann. Äh, Jungs, habt ihr es gesehen? Was passiert hier, Mann? Was? Ey, bitte guckt euch das so an, was ich gemacht habe. EA. Ich habe nie was gegen EA gesagt, der Arme. Also ich kann euch garantieren, dass ich in 100% der Fälle in diesem Zweikampf ein 11er, CPU-11er gegen mich bekomme. Es wäre so ein CPU-11er für mich, äh, für den Gegner gewesen in der Situation. Was? Ne, also das ist jetzt, das ist jetzt die Krönung. Detail ist hier am Stand, Moinsen. Ostreicher schreibt GG. Leute, Ripp an den Gegner. Der arme Gegner. Was ist das denn gewesen? Der macht einen Rückpass zum Neuer, den wollte er schon nicht. Dann haut er das Ding weg, schießt seinen eigenen Spieler an. Neuer rettet auch die Linie, ich darf einschieben. Also, Respekt an ihn, dass er weiterspielt. Ich fahre hier keinen Gang runter. Wieder im Studium, super. Tschüss. Oh ja, oh ja. TikTok-Clip. Das hat wirklich einer. Hi, TikTok. Du Arsch. Was? Was? Dicke, mein Gegner hat gerade ein Tor geschossen und Schiri hat abgepfiffen beim Schuss. Dicke, was? Klipp das, Max. Bitte klipp das. Der Ball ist im Netz gewesen. Im Netz und er hat abgepfiffen. Bad. Vetter, bitte von dem Ton über den Clip, dankeschön. Was warst du denn? Ab morgen soll, glaube ich, schönes Wetter werden. Ja, ich weiß, deswegen muss ich mich ja selbst bereuen. Selbst bereuen? Ja, habe ich auch noch vorgehabt morgen. Das ist so wirklich nötig. Alter! Ey, Mann, das ist ja okay, wenn du das sagst, haben wir doch nicht immer in der... Warum musst du mich immer so in der... Nee! Boah! Hilfe, Bruder! Boah! Bruder, Zeit zu quitten, jawohl! Jawohl! Da bist du, da musst du rausgehen, Bruder! Da will ich auch rausgehen! Hä? 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 Da war Luca! Doch gar nix! Super Tor! Innen, Forsten und Damen, Reif! Twitch-Streamerin, weil du die immer likest. Guck mal, wie er tanzt. Es ist Juni, es ist Juni! Es ist Juni, was machst du? Hör auf! Wie läuft WL? Leandros, guck dir das bitte an und dann weißt du, wie WL läuft. Ich hab wirklich immer Angst, genau, dass das passiert, ne? Weil ich muss nur vor 9 Uhr starten. Ich muss nur vor 9 Uhr starten. Nein! Nein! Bitte! Bitte! Ich brauch nur einen Win, einen Win, einen Win! Jetzt reicht das nicht mehr, außer er schenkt dir Sieg. Niemals schenkt er mir Sieg, Digga. Nie im Leben. Bitte! Mach, mach, mach! Nein! Oh mein Gott, mach! Mach, bitte! Mach, 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 mach! 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 Eine Minute! Eine Minute! Bruder, drück, 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 drück! Eine Minute! Drück, bitte! Mach doch! Mach! Mach! Bitte! Eine Minute, EA! EA! Eine Minute! Dieseilf, Account! Mach, mach! Mach! Mach, mach! Mach, bruder, bruder! Mach, 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 mach! Komm, 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 komm! Eine Minute! Eine Minute! Bitte, mach doch einfach, blöde! Sieben Sekunden! Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins... Bitte! 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 Drück es! Drück es! Drück es! Bitte! Ja! Ja! hier hier oh mein gott 22 elite entscheidungsspiel ich fall vom stuhl ich fall vom stuhl ich fall vom stuhl ich zitter am ganzen körper nein 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 ich zitter am ganzen körper ich brauche eine pause das zählt das zählt ich brauche eine pause ich zitter am ganzen körper es ist jetzt jetzt ist alles rum jetzt ist alles um elite entscheidungsspiel was ein rom digger ich ich realisiere gar nichts mehr ich zitter am ganzen körper ich muss mich jetzt erst mal beruhigen das gibt es nicht das ist das krasseste was ich in meinem leben gesehen habe was ist das you need that win bro i need that win it's just one win for elite no problem really no way no way what nein freunde freunde alle die gerade erst eingeschaltet haben ihr werdet es nicht glauben die letzten 30 minuten laufen mir fehlen noch fünf siege die letzten 30 minuten der wl laufen die letzten 30 minuten der wl laufen mir fehlen noch fünf siege oh mein gott wir haben elite leck mich arm arsch digger was ein ehrenmann bro i wish bro i wish everything good for you in your life here is your sub man das willst du mir wirklich erzählen ea sport warum er keine ballrollen macht verstehe ich nicht deswegen meine freunde immer ballrollen deswegen meine freunde nie die ballrolle machen ey guck es dir an es macht keinen spaß man es macht keinen spaß es macht keine verteidigung man digger es ist kein schwanz da das fangt mich so ab oh meine kamera ist runtergefallen scheiße die liegt hinter bildschirm jungen bruder du kannst dich jetzt zur legende machen da hinten ja pandef oh mein gott ich stehe das kannst du keinem erzählen ich habe gerade in nordmazedonien zwei tore aufgeholt und ich kann nicht mehr pause drücken digger tapp super was ich was ich schon wieder für wörter für dich im mund hab die ich gern rausschreien würde ne junge wahrscheinlich will ich da zu meinem name abpassen wenn rooney direkt davor steht dora ruma digger bitte 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 messi 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 jetzt kommt dreh dich mein jung dreh dich drehen drehen nein ich war schon frei jetzt messi 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 problem alter muss die katsch spieler noch selber steuern also ich hab den spaß meines lebens in fifa weiß nicht wie das bei euch aussieht genau aus solchen gründen habe ich sehr viel spaß in fifa warum macht er die ganze zeit pause das spiel packt nur weil er jetzt der pause drücken musste kann ich dir bewegen da hab ich einmal ein trick gemacht ne und dann verreckt er so man dann da wird dann überm tor nicht ganz ok kann das tut mir leid für mein gegner guck mal hin was hat er denn gemacht geiler ball ne mal guck mal körper rein machen ja mein junge ja mein junge klippt das einer oh mein gott der ball pass ey das muss einer klippen mit einer klippen die 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 das Jungs, klick mal das einen noch schnell bitte. Jungs, ich sehe 6 gegen 6, hey? Wenn du eine Chaya da hast, dann auf jeden Fall Alexa, rein in die Olga. Besorgt es ihr ordentlich Big Daddy. Boah, Alter, was für eine Parade. Oh, geiles Spiel, Digga, wirklich. Digga, was ist mit diesem Gaming? Passiert, wirklich. Man könnte wirklich denken, der Controller ist es. Nein, es ist nicht, Digga, es ist einfach dieses verdammte Spiel. Vielleicht werden die einen und anderen Tänze getroppt, tatsächlich. Stark im Babu, machst du richtig gut, Junge. Imagine, ich verliere das Spiel, deswegen. Stellt euch nur vor, ich würde ein Spiel wegen sowas verlieren. Sein Pohnen los. Ja, chillig. Neymar nimmt den Ball nicht an, chillig. So, Hundi, Hundi. Wuff, wuff. Wisst ihr eigentlich, dass ich einem Hund sehr gut nachmachen kann? Hundi, Hundi, 1, 2, 3. Erstmal lauern. Erstmal nur lauern, Chat. Wuff, 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 wuff. Wuff, wuff. Ich snipe ihn mir mal. Hab gesagt, 1,1 Mille rauf und snipen. Und wenn er kommt, gleich holen und rein ins Team. Und jetzt guckt mal eben ganz kurz. Guckt mal eben ganz kurz, was ich für Herrn Ronaldo bezahlt habe. Ich weiß, ihr fallt jetzt alle kurz vorm Stuhl, aber äh. Ich weiß, ihr guckt mal sehr gut. Es ist sehr wichtig, wie in meinem letzten Spiel. Es ist sehr wichtig, dass es alles hinterher ist. 800 Global Series Points, $15,000. Wie viel Spaß hast du? Hinten sagt das! 500 Min.